Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Auf was denn? Auf Neuigkeiten. Was für Neuigkeiten? Eine große Entdeckung. Kaum kommt dir eine Idee in die Kopfschule, musst du dich in aller Öffentlichkeit darüber äußern. Wir leben davon, Abwasser zu verhökern. Unser ganzer Aufschwung, der basiert auf einer Lüge. Das bildest du dir doch ein. Wer so redet, kann nur ein Feind unserer Gesellschaft sein. Der gefährlichste Feind von Freiheit und Wahrheit, das ist die bürgerliche Mitte. Ich bin der Meinung, dass ein Journalist wie ich eine große Verantwortung trägt und quasi verpflichtet ist, sich für die Unterdrückten einzusetzen. Diese verfluchte, kompakte, liberale, vermeintliche Mehrheit. Jetzt setz ich dich ab!